Ich komm dir entgegen. Sehr nett, sehr nett. Ich bin heute Morgen irgendwie aufgewacht und hab gedacht, es ist Mittwoch. Du musst fliegen. Ja, schön wär's, wenn Mittwoch wär. Nee, wär nicht. Ein Tag, ein Tag weniger aus meinem Urlaub. Wär schon wieder ein Tag weg. Das stimmt. Oh oh. Oh fuck, den hat er gut erwischt. Und der ist auch drin. Okay, das wird eklig, wenn die das können. Den hat er perfekt gemacht. Ich muss. Dann mach jetzt so, wie er gemacht hat. Habe ich versucht. Aber er war besser. Ja gut. So geht's auch. Nein, der hat ihn gerettet. Die Sau. Nee, nee, der war gegen Pfosten. Also gegen Korb. Schade, der war so schön. Fand ich auch. Oh, die sind aber gut. Unputz. Was? Ich hab noch einen Controller mit Örchen gefunden. Ja? Ja. Muss mal gucken, ob es da noch mehr gibt. Da steht der Werferkinder, das halte ich für ein Gerück. Das ist dann kleiner für die für kleinere Hände, wahrscheinlich. Nee, der scheint normal groß zu sein. Das ist einfach bloß, weil halt Öhrchen am Controller sind. Ich bin unten drunter gefahren. Einer von denen ist raus. Wir haben nur noch einen Gegner. Komm, Ruth. Oh, der ist zu gut. Wir müssen es doch hinkriegen. Gegen einen Gegner. Einen Korb zu machen. Der PC ist eher gekommen, dass der noch einen Korb macht. Jetzt aber, jetzt aber. Ja, da, da. Ja. Sehr gut. Das ist aber der mit dem guten, mit dem guten Start. Bei dem müssen wir aufpassen. Oder ich? Ich. Oh nein, ich bin falsch geflogen. Alles gut. Ich war auch zu niedrig. Aber er hat den Start auch verkackt. Alles, kein Problem. Ich schieße daneben. Au, ich bin explodiert. Ich habe schon mal fliegen probiert. Hätte fast funktioniert. Jetzt aber. Lass ihn. Nein, der wäre doch so gut gedotzt. Nee, der dodzt nicht so hoch. Guck mal, wie hoch der dodzt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich spiele schon wieder für die falsche Mannschaft. Macht nix. Alles gerettet. Ja, was ist denn los? Sag mal. Sag mal, wo kommt hier denn her? Falsche Richtung. Bitte nein. Glück hat. Bitte nein. So ging das Lied nicht. Nicht? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Aber zu meiner Verteidigung, ich war jung. Oh ja, der ist gut. Du warst jung und brauchst das Geld. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du machst das gut. Ja, mit der Heckklappe hochgedrückt. Sehr gut. Guter Mann. Du musst. Okay. Na, ich habe mal erwischt, aber nicht gut. War schon schön. Aber du machst ne rein. Nein. Ich hatte etwas zu viel Schmackes. Aber jetzt. Nein. Ich habe ihn verfehlt. Habe ihn rausgeholt. Sehr gut. Guter Mann. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, einen Ball wieder rauszuholen. Ja doch. Das hatten wir schon. Aber ich? Ja, ja. Hattest du schon. Oh, oh. Da kommt noch mal. Nein. Nein. Denn da konnte ich jetzt nicht noch mal was dran drehen. Ah ja, guter Pass. Ja, sehr guter Pass. Du musst. Äh. Keiner von uns muss. Dann fliege ich trotzdem. Ja, ich gucke es auch. Oh. Gut gemacht. Mach es, Hutz. Mach es. Ne, du mach es. Du mach es. Drin. Ich nur Vorlage. Du bist hier Michael R. Wolf. Ja, ich bin der Kofferraum Wolf. Wollt ihr nochmal selbst rein und machen. Goodbye. Da kriegt es nochmal Schelle. Geschafft. Juhu. Aber damit steige ich trotzdem nicht wieder auf. Doch, steige ich. Ne. Silber 3, Liga 3. Ah. Ne, du bist nochmal. Ne, Silber 2, Liga 3. Ich müsste noch eins gewinnen. Aber, wir haben unsere drei Basketball gehabt erstmal. Geht's wieder ins Hauptmenü. Ich glaube auch, wir haben unsere Mission mit dem guter Pass fertig. Und, äh, hier hat jemand, äh, ein Follow geschenkt. Aber wer? Oh, wer denn? Das weiß ich noch nicht. Ich warte gerade drauf, dass ich's seh. Darf man mitzocken? Eibe Corona... Äh... Eibe Krone. Ja, klar darfst du mitzocken. Und, äh, nicht zu ruhig. Und nicht zu ruhig. Ahu, und willkommen auf der flauschigen Seite. Es ist am untersten Ende meines Fernsehers gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Moin, moin, schön. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja, also, auf jeden Fall. Klar, dürft ihr mitzocken. Ähm... Addet mich. Epic-Konto ist Furry Hoods. Warte, ich zeig's euch. Hier. Nein, falsch. Warte. Äh, so war das. Der Furry Hood ist das. Genau. Nein. Großes, großes, großes F. Und der Rest... Lein. U, R, R, Y und H, U, T, Z. Freundschaftsanfrage her und schon lade ich euch ein. Überhaupt kein Problem. Spiel mit. Ja, er wird mich dann irgendwann auch ablösen. Also Viertelstunde wär ich noch mit dabei, aber dann muss ich mich leider langsam fertig machen. Dementsprechend, kommt rein. Ich schau zu. Das möchte ich euch nicht antun. Rocket League. Ja, hallo. Was hast du... Ei, Hoods hat vorhin unser komplettes Spiel gegen uns gespielt. Gar nicht wahr. Das waren nur drei Eigentore. Ja, auf jeden Fall, äh, dann... Wie gesagt, wer mitspielen möchte. Wir machen jetzt einfach ein weiteres Spiel. Ähm, einfach euer Nick gerade lassen. Ich schreib's einfach mal in den Chat. Dann, 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 der nächste, der sieht das dann. Lars. Euren Nick. Da. Am Ende steht bei dir vor der Tür ein Typ namens Nick. Ja, genau. Dann, ah, der, lasst euren Nick da. Dann krieg ich die ganzen Nicks zugeschickt. Nicht in dem Sinne. Ich habe schon sehr, sehr viel gespielt. Ja, ist doch auch okay. Ja, perfekt. Dann kriegen wir halt einen höheren Rang. Das ist, glaube ich, die Sache. Ja, aber das ist doch egal. Ob ich jetzt verliere oder verliere, ist doch eh egal. Also, komm rein. Hau rein. Unsere nächste, unsere nächste Partie ist eh zu dritt. Also, Nick rein. Oder mich, Edden. Und schon geht's los. Hast du noch die Chance? Kurz, ich zeig dir mal den Controller, den ich gefunden hab. Zeig mir mal den, genau. In der Zeit gucke ich mir mal den Controller an. Schick it. Auf Discord oder auf Taylor? Ja, ich schicke dir mal auf Discord das Bild. Okay, der ist schon knuffig. Ach, der ist schon knuffig, der Controller mit den Öhrchen. Ja, ne? Und den krieg ich halt auch mit dem PC verbunden. Ich muss bloß mal gucken, in was für Farben man den noch... Aber der sieht fast so aus wie ein Xbox-Controller. Ja, ja, die Switch-Pro-Controller, die sehen immer so aus. Ja, ich weiß nicht, was mit Albe Krone 377 ist. Ist er noch da? Ist er noch da? Vielleicht ist er gerade am Enden. Ich weiß es nicht. Er startet gerade alles. Weiß ich nicht. Ich schaue mal ganz kurz, ich schaue mal ganz kurz, ob er noch zuschaut. Kann ich dir angucken? Äh, ne, der ist nicht mehr da. Der ist leider schon wieder rausgegangen. Dementsprechend. Der war zu ungeduldig. Äh. Sehr, sehr, sehr schade. Na gut, dann, wir machen, damit es hier weitergeht. Machen wir einfach weiter. Ich zeige dir mal meinen aktuellen Controller, dass du mal den Unterschied zwischen dem und deinem Xbox-Controller siehst. Da krieg ich jetzt noch ein Bild geschickt. Kriegst noch ein Bild geschickt. Das habe ich gerade gemacht. Ah, okay. Ja, aber der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht, der Wii U-Controller. Ja, das ist halt mein alter Wii U-Controller. Oh. Oh. Den mit den Katzenrohren, den gibt es auch in schwarz-orange. So, jetzt kommt dieses Drop-Dingz da. Ja. Oh, hier ist es. So, machen wir das mal an. Wir sind blau. Ja, ich fahr die grüne Bio-Tonner. Läuft schon mal gut. Die ersten Felder sind schon mal für uns. Das mag ich. Nein. Ja, weil er kann uns nichts tun, solange er so ist. Jetzt kann er uns was tun. Aber jetzt ist es auch nicht. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Aber er spielt erst noch eine, weil Steam bei mir ewig braucht. Okay. Ja, ja, dann. Mein Thema. Wenn du Dropshot gut kannst. Also, ich kann es nicht gut. Wir können es alle nicht gut, aber... Oh, ja. Oh, nein! Du kannst doch bestimmt fliegen, oder? Weiß nicht. Also, ich nicht. Also, ich kann schon fliegen, aber nicht kontrolliert. Nein! Wenn er schon ein bisschen gespielt hat, dann wird er das bestimmt können. Wenn er sagt, er hat sehr viel gespielt... Pass auf, ich habe jetzt hier einen bestimmten E-Sportler. So einen richtigen. So einen, der richtig Turniere spielt. Muss ich Pasch anrufen. Spielt Pasch eigentlich auch selbst, oder tut er nur moderieren? Der... Also, E-Sportlich spielt er nicht, aber der spielt auch selber. Und der spielt auch gut. War das an meinem Geburtstag, oder war das an einem anderen Termin? Da hat er uns drei gegen einen abgezogen. Verdammt. Will aber auch nicht, grad. Und drei gegen einen, das ist halt schon irgendwie blamabel für uns gewesen. Bist du dir da sicher? Die Ecke ist gut. Ah, 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 komm, fall rein! Mann. Und auch wenn der Medbaron es behauptet, ich finde, er spielt nicht schlecht. Was, der Medbaron selbst? Oder Pasch? Ne, ja, Medbaron selber. Medbaron meint, er spielt selber furchtbar schlecht. Ja! Mein Tor! So, ich packe mir jetzt mal dieses... Ich drehe mich gerne sogar beim Fliegen. Er dreht sich sogar beim Fliegen. Also nicht nur die Richtung, sondern er macht auch noch schöne Stunts dabei. Was stimmt denn mit dir nicht? Also, wie, wie viel Jahre spielst du das schon? Ich krieg das nämlich einfach nicht hin. Also, guck mal, ich flieg noch nicht mal, nicht mal den Ball erwische ich beim Fliegen. Nicht immer das. Muss ja hier Pasch echt dann als Caster einladen. Aber der kann nicht. Der hat keine Zeit. Warte mal. Hier sind zu viele Löcher von uns. Leck mir den Ball. Warte mal, es sind zu viele Löcher bei uns. Ich hab den nächsten Sonnabstermin. Hast du ihn bekommen? Ja, aber erst in einem Monat. Also, war spät. Ja. Sie ist der Chit schon wieder 1-1. Ich spiele seit dem richtigen Season... Na, was seit der richtigen Season ist 1. Also 2015. Aber war immer wieder Pause gemacht, okay. Ja, aber wahrscheinlich dann auch aktiver und deutlich besser als wir. Also, ich mein, ich spiele auch schon lange. Aber lange heißt nicht viel. Also, ich habe, ich habe in der ersten Season damals angefangen, aber ich habe auch in der nächsten Season damals auch wieder aufgehört, weil ich bemerkt habe, ich bin echt schlecht. Aber ich muss auch gestehen, ich habe damals mit Tastatur gespielt. Und das ist halt doch ein meilenweiter Unterschied zwischen Tastatur und Controller. Oh, oh. Habe ich. Nein! Glanzbarate bekommen, aber für nichts. Ja, weil der andere hat nochmal berührt. Oh. Sehr schönes Ding. Oh, ich habe ihn ausgebremst. Schlecht. Sehr gut. Ich gebe mir die größte Mühe. Nein. Da fallen bei uns schon wieder die Brüden weg. Also, ähm, was dir halt passieren kann, ist, äh, dass wir, dass wir dich halt runterziehen. Also, das muss dir halt bewusst sein. Ja, also, was heißt kann? Es wird. Also. Es wird passieren, dass wir dich runterziehen. Bedeutet, wenn dir dein Level, wenn dir dein Level was wert ist, dann darfst du nicht mit uns spielen. Wie lange spielt ihr schon? Ähm, ja. Also, ich habe wieder aktiv angefangen zu spielen erst dieses, nee, dieses Jahr? Letzte Season. Ja, doch, dieses Jahr war das. Weg damit. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres schon. War es Ende letzten Jahres? Ah! Weg mit. Ja, ich habe auch lange Zeit nicht gespielt und dann habe ich wieder mal angefangen. Also, bei mir ist das immer mal so züglich. Dann spiele ich mal wieder ein bisschen. Ah! Nichts gibt's! Den lasse ich da nicht rein! Meine Güte, wir haben so viele Löcher. Das ist mir egal. Na dann. Oh nein, der fliegt! Nein, egal! Ich habe noch mal eine Parade. Also, ich wollte gerade sagen, also, ich müsste jetzt definitiv den Torwart hier. Nein, nein, den kriege ich nicht mehr! Schade, jetzt hatten wir gerade aufgemacht. Den kriege ich nicht mehr! Ich habe gerade festgestellt, mein Handy ist fast leer. Ja, dann lad's halt mal auf, Kollege. Ja, aber ich muss eine Stunde weg! Ja, hast du kein Speed-Ladegerät? Nein. Ei, ei, ei. Aber in einer Stunde kriegst du trotzdem 10 oder 20% drauf. Häng's an! Ja, ja, ich krieg da... Also, ich krieg's wahrscheinlich... Also... Ich reise immer mit Powerbank, also... Wuffelwuffel... ...hat mich jetzt hier, äh, Freundschaftsanfrage. ... także... ... Vielen Dank.